Hallo und herzlich Willkommen zum Hund Alleine Lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast teile ich ganz viele Tipps, Infos und Tricks mit dir, um deinem Hund das entspannter Alleinbleiben beizubringen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, welches nur einige Hörerinnen aktuell betreffen wird, dich vielleicht aber in Zukunft auch, je nachdem, was für Lebenspläne du schon hast. Es geht um das Thema, wie du das Alleinbleibentraining gestalten kannst, wenn du Hund und Kind hast, vor allem Kleinkinder, weil ich beobachte ganz häufig, dass viele Menschen das Alleinbleibentraining nicht angehen, wenn sie kleine Kinder haben, aus Sorge, sie packen es einfach nicht oder das Kind ist ein Störfaktor im Sinne von Lautstärke, im Sinne von fehlender Zeit, also dass einfach Hund und beziehungsweise Alleinbleibentraining mit Hund und Kind sich nicht so gut vereinbaren lässt. Und genau deshalb möchte ich heute ein paar Tipps dazu geben, wie du eben das Alleinbleibentraining mit Hund und Kindern am besten vereinbaren kannst. Und wir sprechen darüber, welche Besonderheiten es beim Alleinbleibentraining mit Hund und Kind geben kann. Und das sind wirklich mittlerweile Erfahrungswerte, wo ich auch erstmal reinwachsen musste, weil wie du weißt vielleicht litt ja meine Hündin auch unter Trennungsstress, aber ich hatte und ich habe auch noch kein Kind. Das heißt, ich selbst habe diese Erfahrung nicht gemacht, Alleinbleibentraining mit Hund und Kind und habe dann irgendwann aber Kundinnen bekommen, die Kinder hatten und habe da ganz, ganz viel zugelernt und eben auch gesehen, was für Herausforderungen damit einhergehen und dass das Training dadurch natürlich nicht leichter wird und dadurch auch über die Jahre Erfahrung in dem Bereich gewonnen und fühle mich sicher, dazu jetzt eben auch was sagen zu können, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für alle Familien, die eben Trennungsstress und haben. Lass uns erstmal über das Thema Zeit sprechen, weil die größte Sorge, die mir in Bezug auf die Vereinbarkeit von Alleinbleibentraining und Kindern genannt wird, ist die Zeit. Und das kann ich total gut verstehen, denn der Tag hat eben nur 24 Stunden, auch ohne Kind fehlt mir gefühlt manchmal die Zeit. Und als Elternteil ist das natürlich nicht leichter. Und du möchtest natürlich als Elternteil auch vielleicht gerne mal Zeit für dich haben. Das ist ja eh schon etwas, was eben durch Kinder nicht mehr so gut zur Verfügung steht oder nicht mehr so stark zur Verfügung steht, wie vielleicht vor Kindern. Und Me-Time, Kind, Hund, Partner und Alleinbleibentraining ist dann halt echt schwierig zu vereinbaren und wirklich Mangelware. Und genau deshalb möchte ich diesen Punkt direkt einmal mit dir klären. Denn was ich als ganz, ganz große Schwierigkeit betrachte, sind diese Empfehlungen, dass du, wenn du deinem Hund das Alleinbleibentraining beibringen möchtest, so viel wie möglich trainieren musst. Jeden Tag, am besten mehrfach am Tag. Und da kann ich total verstehen, dass innerlich ein Gefühl der sofortigen Überforderung kommt, wenn man da steht und denkt, ich habe ein Leben, ich habe Kinder. Wie soll ich das machen? Das ist unmöglich, dann lasse ich es lieber direkt. Und ich bin auch kein Fan davon, Dinge schönzureden. Ja, es benötigt natürlich Zeit, um das Alleinbleiben aufzubauen mit deinem Hund. Aber ich bin ein Fan davon, dass Dinge sich in den Alltag integrieren müssen und dass gerade herausfordernde Dinge keinen zu großen Stellenwert auch zeitlich gesehen einnehmen sollten. Das bedeutet, ich bin gar kein Fan davon, jeden Tag zu trainieren. Ich spreche mich ganz, ganz krass gegen diesen Ansatz aus, dass Alleinbleiben mit dem Hund muss jeden Tag trainiert werden. Und das hat verschiedene Gründe, auf die ich gleich eingehe. Also vorab, ja, es ist wichtig, dass du trainierst. Du kannst das Training aber auch mit deinem Partner, deiner Partnerin aufteilen. Es ist nicht wichtig, dass ihr gleich viel trainiert. Es ist in Ordnung, wenn einer den Hut auf hat und der andere nur ab und an trainiert. Und es sollte immer so sein, dass es nicht einen zu großen Bestandteil in eurem Leben einnimmt. So, ich sagte gerade, mir ist ganz wichtig, dass du weißt, dass Pausen enorm wichtig sind im Training. Warum ist das der Fall? Zum einen arbeiten wir im Training immer nach dem Prinzip Qualität für Quantität. Weil es bringt dich und deinen Hund und eben das Alleinbleiben null nach vorne, wenn du auf Quantität gehst und sagst, okay, ich trainiere jetzt dreimal am Tag, fünf Tage die Woche. Ich kriege das irgendwie unter. Wenn mein Kind in der Kita ist, dann mache ich schnell ein Training zwischen der Wäsche, die ich waschen muss und dem Job, den ich vielleicht auch mittlerweile wieder aufgenommen habe. Whatever. Du hast Aufgaben im Alltag, die zu erledigen sind. Und wenn du sagst, hey, ich quetsch das Alleinbleiben-Training einfach mal kurz dazwischen, dann wird der Schuss nach hinten losgehen, weil dann machst du das Alleinbleiben aus einer gestressten Situation heraus und beim Hund oder im Zusammenleben mit dem Hund läuft ganz viel über Stimmungsübertragung. Du willst ja, dass dein Hund entspannt ist beim Alleinbleiben. Du willst, dass er beim Alleinbleiben-Training entspannt ist, sonst kann er das Alleinbleiben auch nicht mit Entspannung verknüpfen. Ergo, wenn du gestresst bist, ist dein Hund auch viel eher aktiviert und in einer Erregungslage, die nicht vorteilhaft fürs Alleinbleiben-Training ist. Vielleicht ist er auch direkt gestresst und dann kannst du es direkt sein lassen, weil das bringt dann nichts auf Krampf zu trainieren. Das heißt, Qualität ist so viel wichtiger als Quantität. Ich habe ganz viele Teams dabei, die trainieren nicht fünfmal die Woche, die trainieren nicht viermal die Woche, sondern die trainieren vielleicht zwei- bis dreimal die Woche, dafür aber richtig schön entspannt. Und die machen super gute Fortschritte. Also die Aussage, man muss das Alleinbleiben so häufig wie möglich trainieren, ist Quatsch. Nein, du solltest dich darauf fokussieren, dass du das Alleinbleiben qualitativ hochwertig gleich aus einer Entspannung, aus einer eigenen Entspannung heraus trainierst. Natürlich ist eine gewisse Frequenz sehr wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass du nicht nur einmal in drei Wochen trainierst, sondern dass ein gewisses Grundrauschen da ist. Aber das kann auch zweimal die Woche sein und ist sehr viel besser, als gar nicht zu trainieren oder eben aus dem Stress heraus zu trainieren. Zum anderen ist es so, und da gehen wir ein bisschen in die Psychologie rein, dass das Gehirn nicht so funktioniert, dass es förderlich ist, jeden Tag zu trainieren. Ich vergleiche das immer gerne mit Sport. Wenn man einen Sport ausübt, bei dem man zum Beispiel neue Dinge lernen möchte oder man lernt Vokabeln, dann ist es ganz wichtig und hat man vielleicht auch schon die eigene Erfahrung gemacht, dass Pausen sogar helfen, dass es nach einer Pause auf einmal besser funktioniert. Und das ist auch in der Psychologie nachgewiesen. Das Gehirn braucht Pausen, um zu verarbeiten. Wenn du immer nur Reize reinballerst und noch ein neuer Reiz, noch ein neuer Reiz, dann hast du irgendwann ein Overload und dann funktioniert gar nichts mehr. Kennst du vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen, wenn du an Sport denkst, an die Schulzeit denkst, an Studium, was auch immer, dann geht irgendwann nichts mehr und dann muss man eine Pause machen und auf einmal nach der Pause funktioniert es besser. Deshalb gib doch dem Gehirn des Hundes proaktiv die Möglichkeit, die Dinge zu verarbeiten. Denn das, was du reingibst durchs Alleinbleiben-Training, sind zwar keine Reize, wo der Hund jetzt aktiv checkt, okay, wir trainieren jetzt, ich muss hier jetzt sitzen bleiben, das wäre nicht gut. Dein Hund soll einfach nur die Erfahrung machen, hier passiert gerade irgendwie nichts Relevantes für mich. Am besten soll er einfach nur rumliegen und entspannt sein. Aber auf Gehirnebene knüpfen sich trotzdem neue Verbindungen. Weil aktuell hat das Gehirn deines Hundes abgespeichert, ich bin beim Alleinbleiben in Gefahr. Und das, was wir neu verknüpfen wollen, ist eben Alleinbleiben gleich Sicherheit. Also, dass das Gehirn abgespeichert hat oder abspeichern wird, ich bin beim Alleinbleiben in Sicherheit. Und in der Folge kann dein Hund sich entsprechend entspannen. Das heißt, da findet schon viel statt im Gehirn. Da passiert viel, auch wenn dein Hund das nicht aktiv merkt. Ist bei uns ja nicht anders. Also, ganz, ganz viel passiert im Unterbewusstsein pro Tag und damit kann man sehr gut arbeiten. Und beim Hund arbeiten wir beim Alleinbleiben-Training mit dem Unterbewussten. Das heißt, nichts, was er aktiv merkt, aber trotzdem, wo ganz viel los ist und ganz viel passiert im Gehirn. Und wo das Gehirn dann einfach auch die Zeit braucht, um die neuen Dinge einfach, ja, zu verarbeiten, dass ich das setzen kann, dass ich eben diese neuen Verbindungen Alleinbleiben gleich sicher ordentlich verknüpfen kann. Deshalb sind Pausen aus meiner Sicht ein Muss. Und wie gesagt, ich sage immer mindestens zwei Pausentage pro Woche, aber es gibt sehr viele Teams, die in Anführungszeichen nur zwei bis dreimal pro Woche trainieren und trotzdem sehr, sehr gut vorankommen. Das heißt, das sollte wirklich kein Hindernis sein, wenn du zum Beispiel Kind und Hund hast. Wenn du ein Kind hast, würde ich dir noch mehr als anderen Teams ohnehin schon empfehlen, plane dir trotzdem gezielt die Tage ein, an denen du trainieren möchtest, damit du einfach gewisse Zeiten blockst. Und blocke dir immer mehr Zeit, als du planst für das Training. Angenommen, du sagst, okay, ich möchte jetzt 15 Minuten mit meinem Hund das Alleinbleiben trainieren. Plane dir eher so 30 bis 45 Minuten ein, damit du eben in der Entspannung reingehen kannst. Und genau, plane dir das im Kalender ein. Block dir da feste Zeiten. Wenn es in einem Tag ist, wo es dann deinem Hund super schlecht geht oder dir schlecht geht, dann skippst du natürlich das Training. Aber so, dass du grundsätzlich wirklich das als festen Alltagsbestandteil machst, dann geht es nämlich nicht unter. Weil ich kenne das auch ohne Kind, dass wenn man sich Dinge nicht fest einplant, dass sie einfach untergehen. Und dass man dann Ende der Woche dasteht und merkt, ich habe das schon wieder nicht gemacht. Jetzt auch völlig unabhängig vom Alleinbleiben-Training. Deshalb mache ich es persönlich so, dass wenn mir etwas wichtig ist, dass ich mir einfach To-Dos mache, dass ich mir Kalendereinträge mache, die wirklich dann aufploppen, wenn ich es machen will oder eben eine To-Do, die täglich aufploppt, je nachdem. Und das kann ich dir eben auch empfehlen, weil ich stelle mir vor, wie gesagt, ich habe kein Kind, aber ich stelle mir vor, dass der Tag noch, ja, wie soll ich sagen, noch gebündelter ist, also dass noch weniger Zeit und Flexibilität da ist als eben ohne Kind. Und da empfinde ich es als noch wichtiger, dann feste Termine einzutragen. Und da eine kleine Side-Note, eine ganz tolle ehemalige Teilnehmerin, die ich so bewundere für ihren Weg. Die hat vier Kinder und einen Trennungsstresshund gehabt. Und sie hat es wirklich und einen Job übrigens auch. Also vier Kinder, Job und Trennungsstresshund plus Alltag, all das, was wir auch haben, Haushalt und so weiter. Und sie hat es geschafft, das allein bleiben, trotzdem regelmäßig mit ihrem Hund zu trainieren. Und die haben ganz tolle Fortschritte gemacht. Und da habe ich eben auch ganz, ganz viel gelernt von diesem Team, weil ich einfach gemerkt habe, vier Kinder sind natürlich eine ganz krasse Herausforderung, was auch die Stimmung angeht, die Stimmungsübertragung. Man kann ja Kindern nicht unbedingt sagen, so jetzt seid ihr alle mal super entspannt, weil sonst haben wir Stimmungsübertragung beim Hund. Das wollen wir ja nicht, sondern das ist das natürlich einfach viel los, viel Stimmung in der Bude, aber auch was die Zeit angeht. Und das hat sie so hervorragend gerockt. Da muss ich ganz oft dran denken und ist ein ganz, ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass es möglich ist, dem Hund das Alleinbleiben beizubringen, trotz der Tatsache, dass man Kinder hat. Thema Organisation, da gehen wir jetzt mal zu über. Das geht nämlich Hand in Hand mit dem Thema Zeitplanung. Denn es ist das eine, ob du freie Zeit am Tag finden kannst und das andere, ob du dann auch wirklich alleine bist. Weil das ist auch eine Herausforderung, die viele mit mir teilen. Naja, mein Kind ist immer da, ich habe ein Kleinkind, ich kann das Alleinbleiben gar nicht trainieren. Beziehungsweise kommt auch häufig die Frage, ob es okay ist zu trainieren, wenn noch andere Personen mit im Haus oder in der Wohnung sind, zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin oder eben entsprechend Kinder. Und ja, gerade am Anfang ist es total in Ordnung. Du darfst diese Momente gerne nutzen, um zu trainieren. Ich würde hier ein bisschen schauen erstmal, was ist die größte Herausforderung für deinen Hund, dass er alleine bleiben muss oder dass er zum Beispiel von dir als Bezugsperson getrennt ist. Weil wenn dein Hund eben das Thema hat, dass er in Stress gerät, wenn er von dir getrennt ist als Bezugsperson, dann hast du eh sowieso erstmal die Aufgabe, daran zu arbeiten. Dann wird er dir vermutlich im Alltag auch viel hinterherlaufen und dann ist es völlig egal, ob im anderen Zimmer noch jemand sitzt oder nicht. Dann geht es erstmal darum, dass dein Hund verknüpfen kann. Oh, ich bin sicher, wenn du dich von mir wegbewegst. Ich bin sicher, wenn du zum Beispiel außerhalb der Sichtweite dich bewegst. Und da kann es sogar eine gute Unterstützung sein, wenn erstmal andere Personen noch in anderen Räumen sind und auch Geräusche zum Beispiel zu hören sind, also Alltagsgeräusche, die dein Hund ja kennt. Da gehen wir immer vom Leichten zum Schweren. Also ganz egal, jetzt ob Kind oder kein Kind, wir arbeiten im Alleinbleibentraining immer vom Leichten zum Schweren. Das heißt jetzt bei dem Beispiel, dein Hund hat schon ein Thema damit, dass du außerhalb der Sichtweite bist, arbeitest du erstmal daran. Und wenn du dann außerhalb der Sichtweite bist, dann machst du ganz normale Geräusche. Du bist dann nicht auf Krampf leise. Das kommt später. Erstmal geht es ja um die Herausforderung, ich sehe dich nicht, aber ich höre dich noch. Das gibt mir noch Sicherheit. Also das ist total in Ordnung. Und es gibt eben auch die Hunde, die so extrem auf eine Person fixiert sind, dass sie schon Stress haben, wenn jetzt zum Beispiel dein Hund bei deinem Partner oder deiner Partnerin bleiben soll und nur du bist weg. Und auch dann kannst du natürlich das schon super trainieren, obwohl andere Personen da sind. Da können sogar die anderen Personen im gleichen Raum sein, weil da geht es ja schon darum, dass dein Hund in Stress gerät, wenn du wirklich aus dem Raum gehst und sogar andere noch da sind. Das heißt, das kann man eben auch super trainieren, wenn andere Menschen anwesend sind. Das heißt, ganz viel des Alleinbleibentrainings kannst du eben mit anderen Personen im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung perfekt aufbauen, weil wir sind wirklich erstmal längere Zeit in der Wohnung und gehen noch gar nicht raus, weil wenn du es so trainieren möchtest, wie ich es dir beibringe, wie ich es anderen Menschen und Hundteams beibringe, dann wirst du erstmal dafür sorgen, dass ihr eine sehr stabile Grundlage habt, dass wirklich die Basis stimmt, weil sonst hast du so ein Kartenhaus, was sehr schnell in sich zusammenbricht und dann hast du kein nachhaltiges Alleinbleiben. Und wir wollen nachhaltiges Alleinbleiben. Wir wollen nicht eben dieses Thema haben, dass du vielleicht dich irgendwie auf Biegen und Brechen, auf 30 Minuten Alleinbleiben vorankämpfst und dorthin kämpfst und dann auf einmal alles zusammenbricht, sondern wir legen ganz, ganz viel Wert auf diese stabile Grundlage und das ist bei vielen, vielen Teams eben erstmal innerhalb der eigenen vier Wände. Langfristig ist es natürlich wichtig, dass dein Hund auch komplett alleine ist. Das heißt, wenn du an dem Punkt bist, okay, innerhalb der Wohnung läuft alles, mein Hund reagiert auf die Reize nicht mehr irgendwie mit Stress, sondern guckt vielleicht mal kurz und entspannt sich wieder, zum Beispiel Schlüssel und so weiter. Ich kann sogar die Haustür öffnen, da passiert nicht viel, vielleicht guckt er kurz, aber entspannt sich dann auch wieder. Ich kann super außerhalb der Sichtweite sein, mein Hund kann vielleicht sogar in einem Raum alleine sein. Alles Tutti, jetzt ist der Schritt gekommen, wo wir wirklich aus der Wohnungstür rausgehen. Dann ist es natürlich gut, wenn du auch Zeiten abpasst, wo keiner in der Wohnung ist, weil sonst, also dein Hund bekommt es auch mit, dass andere da sind. Das heißt, alleine durch die Gerüche checkt dein Hund, ich bin nicht komplett alleine und du möchtest ja aber, dass er komplett alleine bleiben kann. Da kannst du aber auch einen Mix machen. Du kannst es so machen, dass zum Beispiel ab und an welche da sind in anderen Räumen, zum Beispiel dein Partner, Partnerin mit Kind und du gehst dann raus. Und irgendwann passt du wirklich mal ganz gezielt Momente ab, wo du weißt, vielleicht zweimal die Woche oder so, okay, jetzt sind wir wirklich alleine. Jetzt bist du mit deinem Hund alleine, weil vielleicht Partner, Partnerin bei der Arbeit ist und dein Kind ist in der Kita oder in der Schule und dann nutzt du solche Momente mal ganz gezielt für ein komplettes Alleinbleiben-Training, wo dein Hund wirklich komplett alleine ist. Wenn du dich jetzt fragst, schön und gut, aber irgendwie müssen wir doch auch alle gemeinsam gehen beziehungsweise mein Partner, meine Partnerin will auch trainieren oder muss den Hund ja auch alleine lassen. Wer sollte das eigentlich trainieren? Wie sollte das aufgeteilt sein? Ich empfehle meistens, dass der Fokus auf einer Person liegt. Es ist auch meistens so, dass eine Person ein bisschen motivierter an das Thema rangeht und sagt so, hey, ich trainiere jetzt hauptsächlich und das ist völlig in Ordnung. Es muss nicht im 50-50-Verhältnis sein zwischen zwei Menschen zum Beispiel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du die Person bist, die sich für das Thema gerade vielleicht aktuell auch mehr einsetzt, weil du diese Podcast-Folge hörst. Muss nicht sein, aber ist eben manchmal so. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du erstmal die Haupt-Trainings-Person bist und dass du dich erstmal auf das Alleinbleiben-Training fokussierst und eben eine gute Grundlage aufbaust. Wichtig ist trotzdem, unsere Hunde sind nicht gut im Generalisieren. Das heißt, sie können ihre Erfahrungen nicht nur nicht auf andere Orte übertragen. Bedeutet, das, was in der Wohnung 1 passiert, ist nicht automatisch auch dann aufgebaut in Wohnung 2. Genauso ist es aber auch zwischen den Personen. Das, was du aufbaust, überträgt sich nicht automatisch auf deinen Partner, deine Partnerin, dein Kind, sondern das ist mit dir aufgebaut. Das heißt, frag dich hier auch gerne zu Beginn des Trainings, wie soll es langfristig sein? Wie soll mein Hund alleine bleiben können? Wollen wir ihn so alleine lassen, dass nur ich ihn immer alleine lasse? Wollen wir alle gemeinsam rausgehen? Ist es so, dass mein Partner meine Partnerin überwiegend den Hund alleine lässt? Oder ist es so, dass ich mit meinem Kind gemeinsam den Hund meistens alleine lasse? Weil dann hast du schon so diese verschiedenen Szenarien einmal in deinem Kopf durchgespielt. Am besten schreibst du sie dir auch auf und dann weißt du, wie du langfristig trainieren solltest. Die Reihenfolge dabei sollte aber sein, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich möchte ja langfristig immer mit meinem Kind den Hund alleine lassen, also trainiere ich auch sofort so, sondern gehe da vom Leichten zum Schweren. Das bedeutet, das ist völlig in Ordnung, wenn erst mal du trainierst, wenn du diese Basis aufbaust und wenn du merkst, okay, da ist eine gute Basis, dann nimmst du später dein Kind ab und an mal mit rein, damit dein Hund auch lernt. Auch wenn dein Kind dabei ist, ist das absolut nichts Schlimmes. Er kann sich entspannen beim Alleinbleiben. Wenn du mehrere Kinder hast, kann es ja auch sein, dass du sagst, okay, ich möchte meinen Hund immer mit beiden Kindern oder drei oder vier Kindern oder wie viele Kinder du auch immer hast alleine lassen und zwar immer gemeinsam. Und je mehr Kinder es sind, desto größer ist natürlich die Stimmung, die Aufregung. Wie schon eben gesagt, Kindern kann man jetzt nicht so einfach sagen, jetzt sei mal ruhig und entspann dich mal und der Hund merkt das, sondern da geht es eben dann darum, auch wieder vom Leichten zum Schweren zu arbeiten. Das heißt, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast vier Kinder und du sagst, du möchtest deinen Hund perspektivisch mit den vier Kindern gemeinsam alleine lassen. Ihr geht meistens gemeinsam raus und du merkst dann im Training, nachdem du es alleine trainiert hast, okay, bei vier Kindern ist irgendwie, reagiert er doch ziemlich stark, dann kannst du auch da schauen, ist es möglich, es ein bisschen leichter zu gestalten? Ist es möglich, vielleicht erst mal nur mit einem oder zwei Kindern zu trainieren? Ist natürlich immer individuell, da kann ich jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil ja jeder Alltag sich voneinander unterscheidet, aber überleg mal selbst, kannst du es deinem Hund noch ein bisschen leichter machen? Gibt es noch einen Schritt vor dem, den du gerade umsetzen wolltest, generell, wenn etwas nicht gut funktioniert? Immer ein bisschen leichter wieder das gestalten, damit es wieder ein bisschen einfacher für deinen Hund wird. Denn es ist generell so, das merken auch Paare, dass es für Hunde häufig eine größere Herausforderung ist, wenn man mit mehreren Personen trainiert, weil einfach mehr Bewegung drin ist, weil es natürlich theoretisch auch bei einigen Hunden noch negativer verknüpft sein kann. Also das ist ganz individuell, aber viel läuft hier eben über Stimmungsübertragung. Wenn du jetzt alleine trainierst, dann weißt du, okay, ich bewege mich ruhig, ich bin entspannt, ich nehme mir die Zeit. Zu zweit ist es schon ein bisschen trubeliger, mit Kind ist es noch trubeliger. So, das muss man einfach im Hinterkopf haben und da dann entsprechend das Trainingstempo einfach ein bisschen anpassen. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, mit der Erwartungshaltung reinzugehen, dass es normal ist, wenn es da dann ein bisschen zurückschritten kommt oder ein bisschen vorübergehend stagniert, weil das einfach eine größere Herausforderung ist, aber eine Herausforderung, die absolut sich meistern lässt und machbar ist. Hier auch nochmal ein Richtwert, wenn du an einen Punkt bist, wo du andere Personen, Kinder, Partner, Partnerin mit ins Training einbeziehst, musst du das auch nicht immer machen. Also du musst nicht immer jetzt sagen, okay, jedes Mal im Training müssen meine Kinder dabei sein. Du kannst da einen guten Mix draus machen. Auch da, schau, wie es in deinen Alltag passt. Es ist völlig in Ordnung, wenn du zum Beispiel sagst, okay, insgesamt trainiere ich dreimal, zweimal trainiere ich komplett alleine, wenn meine Kinder in der Schule sind oder in der Kita und einmal die Woche trainieren wir gemeinsam und nehmen in Kauf, dass wir da noch nicht an dem Punkt sind, wo ich zum Beispiel alleine bin. Völlig in Ordnung. Es soll in euren Alltag passen. Das Wichtigste beim Alleinbleiben-Training ist zum einen, dass du trainierst und zum anderen, dass du das Alleinbleiben-Training so in den Alltag einfügst, dass es für dich nicht zum riesigen Pain wird, sondern dass es für dich langfristig auch durchzuhalten ist. Weil wenn du dabei draufgehst mental, dann wird dann dein Hund das Alleinbleiben nicht lernen. Wenn du startest und sagst, ich mache das jetzt jeden Tag und ich gebe jetzt Gas, hoffentlich sind wir in acht Wochen am Ziel, muss ich dir den Zahn leider ziehen. Bei einem Trainingsstress-Hund dauert es deutlich länger als acht Wochen, um wirklich in den Stundenbereich zu kommen. Da brauchst du mehrere Monate, je nach Hund, noch länger sogar, also völlig unterschiedlich. Und da ist das A und O wirklich von Anfang an so zu starten, dass du auch dranbleiben kannst. Das ist das Wichtigste. Die meisten Hunde, die das Alleinbleiben nicht lernen. Lernen ist aufgrund der Tatsache nicht, dass die Hunde halt da zu früh aufgeben. Vielleicht sagst du jetzt, letztes Thema für heute, was das Thema Kinder beim Alleinbleiben-Training angeht. Mensch, ich habe ein Kleinkind, ich habe ein Baby, wie soll ich das machen? Und ich sage dir, wir haben viele Teams, die frisch Eltern geworden sind tatsächlich, die einen Hund haben und jetzt kam Nachwuchs dazu und dadurch kam dann so ein bisschen auch das Bewusstsein, okay, mein Hund muss es jetzt lernen, weil ich habe Kinderarzttermine und, 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 und. Und dadurch kam dann vermutlich zumindest nochmal die Motivation, das Alleinbleiben doch nochmal aufzubauen. Und mit einem Baby oder Kleinkind ist es natürlich so, dass sich das Alleinbleiben-Training nochmal etwas anders gestaltet, weil dein Baby vor allem permanent bei dir ist. Und ich erwarte natürlich nicht, dass du dein Baby mehrmals am Tag aus- und anziehst, damit ihr zum Beispiel gewisse Reize abbaut. Also wenn das zum Beispiel ein Trigger für deinen Hund ist, dass du dich anziehst und entsprechend auch dein Baby anziehst, weil zum Beispiel Winter ist, dann erwarte ich nicht von dir und das finde ich ist auch super unrealistisch, dass du, wenn du sagst, okay, du willst diesen Reiz abbauen und du wiederholst den eben häufiger, dass du das permanent auch mit deinem Kind machst. Das kostet viel zu viel Zeit und Kraft, die du lieber für andere Dinge aufwenden kannst. Das heißt, auch hier trainierst du überwiegend alleine das Alleinbleiben mit deinem Hund. Vielleicht ist es so, dass dein Partner, deine Partnerin das Baby dann in der Zeit nehmen kann. Und wenn es sich ergibt, kannst du natürlich auch mit deinem Baby gemeinsam arbeiten. Vielleicht ist es auch so, dass du dein Baby gerade sowieso viel rumtragen musst, dass es aber vielleicht sogar auf deinem Arm schläft, also dass es gerade wirklich entspannt ist, ruhig ist und du eben die Zeit nutzen kannst für ein Training, wo du wirklich an der Distanz arbeitest, wo du wirklich dich von deinem Hund wegbewegst, vielleicht außerhalb der Sichtweite trainierst, je nachdem, wo ihr gerade seid. Und was so die Hinweisreize angeht, also Schlüssel, Jacke, Schuhe und so weiter, kann es ja auch sein, dass dein Hund wirklich Babysachen negativ verknüpft hat, zum Beispiel den Kinderwagen oder die Babyjacke. Klingt für deinen Hund vielleicht anders als deine Jacke. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt dein Baby nehmen musst, ständig die Jacke an- und ausziehen musst, ständig den Kinderwagen rollen musst, sondern da kannst du es zum einen so machen, wenn du deine Sachen, also deine Jacke desensibilisierst, dass du zum Beispiel mal einfach die Jacke von deinem Baby in die Hand nimmst, ein bisschen raschelst, Reißverschluss aufmachst, zu machst, ohne dass dein Baby jetzt angezogen werden muss. Du kannst aber auch viel über Management regeln. Vielleicht ist es bei euch so, dass du in einem Haus wohnst, wo noch ein Hausflur ist, wo es relativ easy ist, deinen Hund vor der Tür anzuziehen. Oder zum Beispiel, was den Kinderwagen angeht, kann man auch perfekt über Management arbeiten. Du kannst einfach den Kinderwagen vielleicht schon zehn Minuten, bevor ihr loswollt, vor die Haustür stellen, wenn du den sonst in der Wohnung hast oder im Haus hast, sodass dieser Reiz einfach wegfällt erstmal. Also da musst du dich erstmal nicht darum kümmern. Du kannst dich auf deine Sachen konzentrieren und kannst so eben auch mit Baby sehr gut das Alleinbleiben mit deinem Hund trainieren. Also Fazit dieser Folge, das Alleinbleibentraining mit Kindern und Familie ist definitiv möglich. Ja, es bedarf mehr Planung und Organisation, aber wenn du möchtest, dass dein Hund alleine bleiben kann langfristig, dann macht es immer Sinn, früher zu starten als später, weil sonst verzögert sich das Alleinbleiben beziehungsweise der Trennungsstress und dein Hund wird das Alleinbleiben entsprechend später lernen. Schau also, dass du dir feste Zeiten in der Woche blockst, in denen du das Alleinbleiben mit deinem Hund trainierst, wo du aber trotzdem immer nochmal reinschaust, okay, sind wir bereit für ein Alleinbleibentraining oder hast du gerade mordsmäßige Migräne und kannst gar nicht, dann solltest du es natürlich nicht machen, weil dann bist du wieder in einem Stressbereich, sondern immer bitte schön aus der Entspannung heraus trainieren. Und am wichtigsten ist, dass du das Alleinbleiben in erster Linie mit deinem Hund trainierst und eine gute Grundlage, eine gute Basis bildest. Der Rest lässt sich im Zweifel über Management regeln. Beziehungsweise viel lässt sich über Management regeln und du kannst dann nach und nach eben auch dein Kind mit ins Training einbeziehen. Es reicht vollkommen aus generell, wenn du es nur ein bis dreimal pro Woche schaffst zu trainieren. Das ist immer besser, als gar nicht zu trainieren, wirklich. Dieses Grundrauschen sollte da sein. Urlaub ist jetzt kein Thema, wenn du zwei, drei Wochen im Urlaub bist oder so, gar kein Problem. Aber grundsätzlich sollte natürlich ein Grundrauschen da sein. Es sollte jetzt nicht so sein, dass du generell nur alle drei Wochen trainierst, das wäre ein bisschen wenig. Aber wenn du es einmal die Woche schaffst, dann ist das sehr, sehr viel besser, als gar nicht zu trainieren. Und du wirst in einem Jahr sehr viel weiter sein, als wenn du nicht trainiert hättest. Also ja, du kannst trotz Kindern das Alleinbleiben mit deinem Hund aufbauen. Es ist kein hinderndes Grund. Ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen Einblicke geben konnte, ein bisschen Möglichkeiten aufzeigen konnte, vielleicht für Impulse sorgen konnte, ein bisschen Ideen generieren konnte, sodass du dich sicherer fühlst, mit deinem Hund trotz Kleinkind, trotz Baby, trotz größeren Kindern ins Alleinbleibentraining zu starten. Wenn du starten möchtest, schau dir unbedingt mal ein kostenfreies Praxistraining an. Da teile ich ganz viele Tipps mit dir. Da geht es nochmal viel konkreter in die ersten Schritte des Alleinbleibentrainings. Und vor allem geht es auch gerade am Anfang des Trainings darum, was du auf gar keinen Fall tun solltest. Es ist ganz wichtig, das zu wissen, weil es so eine Fülle an Tipps gibt da draußen, die wirklich schädlich sind fürs Alleinbleibentraining und auch für die Gesundheit deines Hundes und das Wohlbefinden deines Hundes. Deshalb schau da gerne rein. Den Link findest du hier drunter, kannst dich direkt anmelden. Und dann hören wir uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine schöne Zeit und bis dann.